ja ich habe gestern nicht mehr romkai gespielt because es gab einen sehr interessanten film mit linzer loren von 2007 der war von der geschichte her interessant aber auch sehr kompliziert zu verstehen also irgendwie habe ich am anfang nicht gerafft also am anfang aber in der mitte so und der heißt ich weiß er mich getötet hat so heißt er für den dingen der ist schon ziemlich alt und auf jeden fall war der für mich so kompliziert und am ende und am ende war dann so dahin führt der weg okay aber der war echt ein bisschen zerstören auch einzelne 10 sollte man echt gucken ob man sie es antun möchte so viel schaffe ich so heute das spiel zu zocken ich zog auch heute nicht so lang liegt wie kurs heute ist beauty routine und ich möchte meine haare mal wieder ein bisschen rot tönen als sie unterste partie ich kann sich ja irgendwie erklären ich habe einen stufenschnitt nicht umsonst die oberste partie bleibt in der natur also nicht naturfarbe aber in dieses gewerbten dunkelblond und ich mache es immer dann so zusammen ich trenne halt meine haare und die unterste partie mache ich einfach den rot tönung mit der welchen weil tönung färbt sich raus eine richtige haarfärbung in rot ist sehr 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 kompliziert mache ich nie nie wieder deshalb nur noch mit direction und ein bisschen spülung das ganze halt war sie strecken damit es mehr damit man nicht so viel vom produkt hat weil es gibt ja weiter weg schon diese kleinen tun das ist nicht viel aber die kannst du mit einer spülung so machen dass du weniger produkt verbrauchst und das zeug wäscht sich auch gut raus also ich habe da sehr viele fragen wie to lieb oder was gibt es dann noch also sämtliche rotfarben rote farben und ich muss annehmen so heute spiele ich mal nicht mit lulu ich gehe mal nach ganz oben mit lux also ich spiele noch mit lulu aber erst mal starte ich mit lux dann mal sehen wohin der weg geht ja was soll ich banden einfach sehen ich nehme schon mal hier soll ich mal das nehmen das hier geht übrigens nur wenn ich das ganze ein vollbild machen würde ich möchte es aber noch nicht dann macht das ganze auch komplett sinn ach die haben sie gesperrt boah wie viel es muss ich ja lulu nehmen es ist schön dich zu treffen es ist schön dich zu treffen mehr genau so so und nein aber ich kann mich jetzt nicht spielen man muss auch mal das ist positiver daraus sehen ich gucke mich gerade seit meiner kamera an hat ja kein spiegel hier aber alles gut das haar sitzt so wie es sitzen sollte so jetzt aber jetzt aber jetzt aber und und natürlich nicht natürlich nicht hätte auch klappen können hätte auch klappen können was ich ich Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, jetzt muss ich aber... Ich hoffe, es klappt jetzt. Also ich möchte halt mindestens zwei Runden spielen, ne? Oh, ich hasse so einen Niednagel. Kennt ihr das, wenn ihr so einen Niednagel habt? Ich reiß sie ja immer ab, weil die stören mich sowieso. Es stört mich sonst. Also ich kann das halt nicht. Und ich bin da hart im Nehmen. Aber ich mag sowas nicht. So, ich werde ihn jetzt hier bannen. Mal gucken, was passiert. So, Montag gehe ich auf jeden Fall im Experian wieder hin. Ich habe Bock drauf. Ich hoffe, ich schaffe das. Doch ich muss es schaffen. Und ich will es schaffen. Und ich nehme jetzt mal Luchs. Wir werden uns Blätten amüsieren, sagt ihr Luchs, dieser Fuchs. Meine Katze ist ganz komisch. Sie liegt da. Ihr Kopf ist andersrum. Also wenn du halt... Nicht andersrum. Also sie liegt da. Ihr Kopf liegt auch. Und sie guckt mich so von Blick unten nach oben so an. So voll komisch. Oh, ich habe gerade hier so ein Bild gesehen. Oder ich sehe gerade hier so ein Bild. Früher hatten wir alle MySpace. Hatte ich auch. MSN, ein MP3-Pair, ein Game Boy Color habe ich immer noch. Ein MP3-Pair habe ich auch immer noch. Tamagotchi habe ich auch. Oder hier. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Dieses Handy hier oben. Nokia hatten wir alle. Und dieses Motorola, das mit den großen Tasten. Das hatte ja irgendwie... Irgendwie... Das hatte irgendwie jeder. Gab es in Gold, in Pink, in was weiß ich. Mein Fenster ist weg. Wo ist mein Fenster? Ich würde doch wissen, wem ich hier als Gegner habe. Ich habe Morgana. Toll, ich hasse sie. Ich mag sie ja gar nicht, aber okay. Nee, ich mag sie gar nicht. Die ist mir echt zu heftig. Ich bin immer noch sehr zufrieden. dass ich es geschafft habe, herauszufinden, dass mein Laptop Bluetooth hat. Und ich das über Bluetooth verbinden kann. Ich habe das nie gescheckt, dass der Bluetooth hat, ne? Aber ist ja klar. Natürlich. Laptop hat's. Und ich kann endlich meine Lieblingskopfhörer auch wieder so nutzen. Ich bin immer noch so geflasht von mir selber, ne? Nach drei Jahren Laptop benutzen, findest du heraus, dein Laptop hat Bluetooth. Bin gespannt, wie die Runde wird. Ich habe ja gestern nur verloren, verloren, verloren. War schon sehr deprimierend. Mal gucken, ob ich heute auch nur verliere, verliere, verliere. Oder auch mal gewinne. Mal sehen. Bin gespannt. Ich hoffe, dieses Kala-Ding bringt auch mal Glück. Habe ich von der Max. Auch so eine Lucky Bag, wo nur Farby der Produkte drin war. Da war Kala. Und Kala war für mich so Jackpot. Jackpot. Ich finde sie toll. Niedlich. Und eine Tasse war da drin. Was war noch da drin? Tasse, das und... Ein Button. So ein Anhänger-Button-Ding, ne? Ja. Ich bin auf die Idee gekommen, manche in TikTok sagen ja immer, in dem Kopf ist was drin. Aber ich werde es nicht ausprobieren. Ich lasse das. Und ich habe nirgends so, außer bei uns in Pfennig, für einfach diese Kinder-Jerry-Potter-Dinger gesehen. Nirgendwo finde ich sie. Ich will sie eigentlich in Zed haben, wo wirklich eine Figur mindestens drin ist. Aber ich finde sie nirgends. Also in Berlin wahrscheinlich komplett leer. Ich will ja so ein Zed haben, wo mindestens immer eine drin ist. Also ich weiß, Penny hat die normalen Kinder-Üer mit Avatar, so ein Zed, wo eine Figur safe drin ist. Aber ich will nicht Avatar. Eigentlich wollte ich Hermine Granger, aber es hat sich komplett erledigt. So, im Bastalon habe ich auch eine Runde Leak-Walt-Wirft gezockt. Mit Lulu. Hab auch eine Runde gewonnen. Obwohl die Runde so wieder so knapp war. Am Ende hatten wir unten fast keine Türme mehr. Dann haben wir es aber irgendwie hochgekämpft. Und dann hatten die fast keine Türme mehr. Und wir waren dann an dem Endturm und haben es dennoch geschafft. Da. Voll daneben, ne? Voll dazwischen. Nee, Morgana. Er hat einen Kuglock-Katze zerstört. Er hat einen Kuglock-Katze zerstört. Na, ich muss ja weg. Ich lebe gerade ein bisschen gefährlich. Muss ich jetzt wieder an Nuchs gewöhnen. Okay, ich habe keinen meiner Melch. Ich gehe zurück. Meine Katze geht auf den Balkon. Ab in die Sonne. Er tut mir immer so leid. Er hat ja schwarzes Fell. Also sehr schwarz-dunkel. Braun-schwarz. Und wenn es halt so richtig heiß ist, so 30 Grad aufwärts. Boah, der muss sich schwitzen, weil er schwarz die Wärme anzieht. Er tut mir da schon immer leid. Kalev? Er hört mich nicht, okay. Heißt, ich kann Paron in Ruhe zocken. Ohne von ihm gestresst zu werden. Ich meine, ja, ich liebe seine Nähe. Aber er kommt dann, wenn ich gerade so ultra-krass mich so konzentriere. Ah, ich treffe einen, Mann. Also ich stehe ja schon vor ihm, aber... Oh, ich habe sie getroffen. ... Und ich gehe ja an meine Hand. Ah, Mann. Oh, ist mein Mitspieler. Und ich shotte ihn voll. Ich hatte das nicht so... Da ist... Alter, geh mal weg hier. Ja, ich muss hier weg. Ich muss zurück zur Base. Ich habe nichts mehr. Oh, ich habe ein bisschen Gold. Juhu. Oh, ich habe nichts mehr. Das erste war schöner. Ah, ich muss aufpassen. Sie hat mich beinahe, beinahe hätte sie mich getroffen, ne? Ich will ihn ja schützen, aber irgendwie haut er immer wieder ab. So, jetzt schütze ich euch beide. Okay. Okay. ich hab ich dachte schon ich hab kein mana mehr ich hab einfach drauf losgeschossen in der hoffnung ich treffe vielleicht was alter da ist ein gegner ich war so sicher dass ich zurückgehe habe ich mal aufgepasst und das ist das ergebnis 1 1 2 3 2 3 4 6 Das war's für heute. Ah, hier weg. Alter, da ist was. Und ich bin jetzt gestorben. Ah, ich hab wieder Gold. Mal gucken, ob die Runde gut wird, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Oh, ich kann dazu nichts sagen. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Wir schaffen das. Ich bin gespannt. 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 Okay, wenn er zurückgehe ich auch zurück. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Oh ne, Katze kommt wieder rein. Jetzt guckt er mich so an. Geht auch wieder raus Kitty-Kid, va? Ne, okay. okay es war schon zu viel der war ja schon weg ja 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 Okay. Oh ne, weil ich gleich am Turm gewesen bin. Oh ne, weil ich gleich am Turm gewesen bin. Oh ne, weil ich gleich am Turm gewesen bin. Oh ne, weil ich gleich am Turm gewesen bin. Soll ich das lassen? Ich weiß es nicht. Oh ne, ich lass das. Ey, der ist weg. Der war grad... Ja, mit dem, der geht mich jetzt bestimmt nicht an. Okay. 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 Ich will alles sehen. Ich will alles sehen. Ich habe vorhin die falsche Richtung gezählt, aber okay. Ich habe vorhin dabei, ich wollte es riskieren, aber es ging nicht. Ich will alles sehen. Ich will alles sehen. Kitty Cat guckt mich gerade an mit den Augen. Es analysiert mich. Ich will alles sehen. Ich will alles sehen. Ich will alles sehen. Ich will alles sehen. gut hier ist ein gegner ne bringt mir gar kein glück hier das ding man er war einfach darauf so einfach da kate kate da ist die katze er leuchtet den weg wir sind das schon fast am ziel das ist doch schon mal ein guter start noch schon mal gewonnen schöner geht's doch auch nicht kate nee hat der kamera ja einwirken lassen ausspülen und sowas alles dann mache ich mir heute ich glaube manchmal heute web oder schicken na gut ich glaube schicken nackt mit dem web genau das mache ich auf jeden fall schicken nacken unten web genau die mache ich es hat mir extra web school weil ich hatte mal wieder bock auf webs dann mache ich mir mozzarellakäse rein salat mix und ich habe ja noch wurst die schnippel ich klein und mache ich mit rein weil ich bin nicht so der gemüse fan also ich esse keine gurken keine paprika wenn brokkoli kann es ja schlecht reinpacken irgendwo blumenkohl auch nicht also ich esse mir die kohle die also kohle wie blumenkohl brokkoli und so aber es kann es ja schlecht in so einen web reinpacken paprika und sowas alles mag ich nicht von daher bleibt mir halt nicht viel übrig und ein ei im web mag ich auch nicht aber man kann ja alles rein was man will will man kann sogar hackfleisch reinhauen aber ich mag das nicht wenn es so gekocht ist gebraten ist und dann so rein ne 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 mag ich nicht ok ignoriert mich deswegen noch eine runde und dann ja goodbye ich spiele nachher noch hongkai auf jeden fall werde ich das nachher noch spielen ich habe bock drauf und ich mache das ich will es auf jeden fall heute schaffen morgen muss ich putzen wohnung das auf jeden fall und zwei runden reichen mir reicht völlig und diese 1 2 1 oder 1 alles nicht. Caleb! Der hat so ein ganz... Die Ohren sind immer sehr interessant, so bei den Katzen. Ich weiß nicht, kann ich da reinfinden. Ich mach mal kurz hier. Warte, das Spiel liegt ja eh noch. Hier. Da ist eine Katze. Da ist das Ohr. Katze. Katze! Ja. Walk and roll. Walk and roll. Ach nee, Heavy Metal. Nein, Spaß. Oh, die ist so süß. Und dann noch hier mit mir noch zusammen? Nee, die Sonne blendet total. Das geht auch nicht. Oh mein Gott, ich hab ein Match. Es geht gleich weiter. Moment, ich muss umswitchen. Äh, hier. Nein! Jetzt? Bitte. So, was... Was bin ich, Supporter? Was spiel ich? Okay, ich mach noch ne Runde Lulu. Das fünfte Teletubi. Wie viel? Wolltest du unbedingt im Live sein, ja? Das Beste an der Katze, die nicht Freigänger ist. Das ist keine Gefahr auf Flöhe. Also, sie kann nie Flöhe bekommen. Außer, ich bringe ein Flöhe rein, aber nein. Nein. Da ist ein graues Haar. Mein Gott! Der hat ein graues Haar. Ja, Caleb! Du hast ein graues Haar. Bleib hier! Schön, dich zu treffen. Ja. Ich muss ihn heute wieder durchkämmen mit einer Tierwürste. Gefällt mir gerade so sehr. Er hat sich auf meinen USB-Port gelegt. Ja, okay. Oh mein Gott! Wenn ich ihn hier so streiche am Nacken, bewegt es das. Ich weiß nicht, ob ich es nicht zeigen kann. Ich zeige euch das mal kurz, was ich meine. Also, er hat ja hier, er sieht aus wie so ein Grillhähnchen, ne? Hier, wenn ich ihn hier so streiche, bewegt er sich eigentlich. Ja! Er liegt halt hier so an meinem Schreibtisch, so. Er macht sich so bequem. So, was habe ich denn jetzt hier so an Mitspielern? Okay, so. Hm. Ich warte immer noch, bis es Neko im White Rift gibt. Ich habe echt noch keine Ahnung. Wenn jemand einen Plan hat, wann es Neko im White Rift gibt, schreibt mich irgendwo an. Ich will endlich mit Neko zocken. Und da zu üben, was sie so alles kann. Und, ja. Der hat echt ein graues Haar. Ich glaube es nicht. Und wenn er Haare verliert, boah. Die sind schon lang. Und ich glaube, der hat sowieso, weil sein Winterfell im Sommerfell geht. Und da muss er ein bisschen Fell verlieren. Aber ich muss ihn nachher noch durchkämmen. Ist ja unnormal. Er sitzt so ziemlich entspannt da und macht es so mit sich mit, ne. Toll, ich habe hier gar keinen Kamm. Also nicht griffbereit. Also wenn eine Zombie-Apokalypse wäre, das auf dem Schreibtisch liegt links, ist meine Katze. Der verteidigt mich dann. Oh. Aber er hat so ein schönes Fell, ne. Guck mal, ich kann sogar ranzoomen. Richtig ranzoomen. Hier, ich kann total ranzoomen. Was spielerisch schlecht ist, denn... Also so kann ich den Skin genau betrachten. Und so wieder weg. Caleb. Ah, der hat diese Dreiecksattacke, wo der so ein Dreieck hat und dann so zack, zack, zack. Die heißt jetzt einfach Dreiecksattacke. Ich weiß immer nicht, wie sie sonst heißt. Dänzt sie ab, oder was? Na nie. Ja. Sind wir eben nicht. Ja. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Tja, 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 Tja. Tja, Tja. 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 Sprech nicht so. Sprech nicht so. Sprech nicht so. Sprech nicht so. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. 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 Das war's für heute. 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 Okay. Das war's für heute. Okay. Das war's für heute. 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 Okay. Das war's. Okay. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay, ich gehe auch zurück. Aber der Skin, der ist schon süß. Okay, ich gehe auch zurück. 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 Deine letzte Szene Arriba, Arriba Arriba, Arriba Ich will mich ja gerne vorne mit einmischen, aber mein Leben ist so ganz eng, dann gehe ich lieber zurück. Neugieriger Tautropfen Arriba Oh, ich wollte hier die 1 Alter, wie groß sie da ist, ne? Ja 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 Das war's. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh mein Gott. Juhu, ich hab zwei Runden mal gewonnen. So kann ich doch den Stream beenden. Perfekt. Da freu ich mich doch. So, ich brauch die Auswertung. Ich werd wohl immer Eis und vier bleiben. Aber das ist mir völlig schnuppe. Nein, nochmal spielen nicht. Das reicht jetzt. Ich hab ja noch vier vor. Für den restlichen Samstagabend. Haare schön. Haare schön. Essen. Honkai. Auf jeden Fall spielen. Heute auf jeden Fall. Ich darf das nicht wieder verpeilen. Yeah. Hier. Was hab ich hier noch an Marken? Nichts mehr. Nichts mehr. Nichts mehr. Na gut. Das war's von mir für heute. Ich wünsch euch noch was. Bis dann. Tschüss. Und jetzt. The end of me. Eincisiä. Bis dann.